Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier beim Community-Projekt. Servus und hallo natürlich wieder live aus dem Livestream, mit dem Chat am Schlüssel und mit mir in der E-Beams der Echsel. Und ja, ihr habt es gesehen in der letzten Folge, da haben wir erstmal soweit alles verkauft und wir sollen ja unseren Hof neu bauen und tun und machen und tralala. Und das werden wir jetzt auch machen, ja. Wir werden jetzt anfangen mit bauen, das bedeutet, der Chat hatte auch eine sehr gute Idee. Und zwar der Jaguar im Vier-Seiten-Hof-Stil zu bauen. Und Krone, servus und hallo. Und das werden wir jetzt mal versuchen, na. Und da schauen wir mal, wie, was, wo. So, Pelle, alles klärchen, weiß ich Bescheid, schmiert mich nachher nochmal. So, ähm, dann versuchen wir jetzt mal, das Ganze im Vier-Seiten-Hof-Stil zu bauen. Wir haben hier eine Hofgarage. Das bedeutet, wie sieht die aus? Warte mal, ist die von allen Seiten? Nee, die ist von allen Seiten, äh, doch, du kannst ja hinten. So, pass, Obacht. Da müssen wir jetzt sehen, eine Hofgarage. Nee. Erstmal fangen wir an mit dem Bauernhaus. Wir werden sehen, Bauernhaus. Ähm, normalerweise Bauernhaus. Warte mal, du gehst hier hinten, hier gehst du rein. Pascal, moin moin, grüße, servus und hallo. So, so, ähm, genau, hier gehst du rein. So, das bedeutet, wir werden hier hinten ein kleines Gärtchen machen. So, einmal. Dann haben wir hier, ähm, oh, ist natürlich auch schön. Aber, ich weiß jetzt nicht, ob das so generell dazu passt. Äh, nee, passt nicht unbedingt dazu. Das passt auch nicht unbedingt dazu. So, warte, warte, warte. Äh, Hallen. Müssen wir schauen. Müssen wir schauen. Ah, diese Bälle klein. Diese Bälle. Die lässt sich halt wieder so optimal drehen. Die lässt sich auch wieder so optimal drehen. Da kriegst du es doch raten. So. Äh, äh, dann machen wir es ganz einfach. Da machen wir es, haha, dann machen wir es ganz einfach. So, passt auf. Versuch hier. Versuch hier. Einen Hof hinzubauen. So. Ihr könnt natürlich, liebe YouTube-Rinus, natürlich sehr gerne das Lämmchen da lassen. Jabba, vielen Dank für dein Follow. Servus in der Low. Grüße. So. So, jetzt müssen wir gucken. Ist nicht ganz richtig. So, die Luft müssen wir lassen. Ja. So, warte. So. Das Stückle rein, warte, warte. Ja, nee, das Stückle raus. Komm her. Bewegt nicht, das war zu weit. Okay, das passt, perfekt. Jabba, hallo gesagt. Moin, moin. Das von Manningwales wird es aber auch gut passen. Ja, warte, warte, warte. Das gehört ja dazu. So. Das gehört ja dazu. Und zwar werden wir... Wir werden hier versuchen, einen schicken Vierseitenhof zu machen. So. Und zwar brauchen wir... Mal, wie ist denn das gestrickt hier? Das hat ja nur eh eine Durchfahrt, ne? Genau. Das hat nur eh eine Durchfahrt. Das sollte normalerweise... Kannst du hier nicht richtig drehen. Da wäre ich öchstisch. Wäre ich öchstisch. Geht nicht. Ich brauche hier eine Durchfahrt. Ich bräuchte hier... Eigentlich bräuchte ich hier vorne ne... Black Forest is in the house. Was? Was ist denn da los? Jabba, habe ich was verpasst? Habe ich was verpasst, Jabba? Normalerweise bräuchte ich jetzt hier ne Waage. Ne Silo-Wage bräuchte ich jetzt hier. Ah, theoretisch. Weil, die würde ich nämlich als Eingang nutzen. Das wäre ganz nice. Aber haben wir nicht. Jaja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich muss mit dem Drescher durchkommen. Das stimmt schon. Das stimmt schon. Ah, Futter-Mischanlage haben wir hier. Hier, pass auf. Dann lassen wir das. Dann lassen wir das. Wir haben hier... Oh, Futter-Mischer. Ah, das Black Forest. Der ist auf dem... Ach, Null! Äh, jetzt! Äh, 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 äh. Jabba, grüße! Jetzt ist der Grosche gefallen. Ja, sorry. Im Alter ist halt ein bisschen... Ist ein bisschen... Ach, äh. Magirus, Waage-Tools. Gute... Gute Sache. Gute Sache. Perfekt. Perfekt. So, hier haben wir eine Werkstatt. Magirus, sehr gut. Die Frage ist jetzt, meine Lieben, pass mal hier mit dem Drescher durch oder nicht? Das ist jetzt die Frage. Passen wir hier mit dem Drescher durch oder nicht? Ah, verdammte Axt. Passen wir hier durch? Ja oder nein? Äh, wenn vielleicht Kreuze an. Das ist so ein Ding. Das ist so ein Ding. Aber die ist ein bisschen hoch. Warum ist denn die so hoch? Ne, ne? Steine, dass du ne saßt. Mit einem kleinen Ja. Hm. Pass auf. Pass auf. Dann machen wir es anders. Pass auf. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Es wird nicht unbedingt ein Vierseitenhof. Wir haben keine... Ja gut, ich hätte vielleicht die Waage, aber das ist halt auch doof. Das ist halt auch zu clean. Das ist... Ach. Das ist Mist. Das ist Mist. Wirst du, weil ich wollte... Ich wollte... Ähm... Und die andere da... Vielleicht auch keine schlechte... Das ist gar keine schlechte Idee, Hensex. Das ist gar keine schlechte Idee. Pass mal, ob es geht. Einmal. Das ist gar keine schlechte Idee. Mensch, Hensex, hätte ich auch drauf kommen können. So, warte. So. Okay. Okay, pass auf. Haben wir jetzt hier die Waage? Ne? Geht's hier? Hof rein. Sie zwei ist mir auf dem Schießen... Äh... Schießplatzier, aber ist erstmal egal. Ne? Öl schießen, sei gesagt. Im Übrigen habe ich von Gummelt immer noch nichts gehört. Ne? So. Ähm... Der hat zu seiner Frau gesagt, ich soll Öl schießen. Ne? Kam immer noch keine Antwort. Ich weiß nicht, was da los ist. So. Vielleicht... Äh... Ja. Erfahren wir es. So. Ähm... Dann haben wir hier das alte Ding. Das alte Ding. Das können wir. Das beobacht. Das machen wir. Ich brauche eine genaue Flucht. Müssen wir mal... Hat ein ausdeutschen Flach. Hä? Hä? Ganz dezent. Oh, wir wollen nicht sein mit so weit. Hä? Hä? Die Waldfair. So. Pass mal, obacht. Wir werden... Ähm... Hat der hinten... Warte mal. Hat der hier irgendwo... Ne, da geht es nicht. Da geht... Da kann man rausfahren. Hier pass mal, obacht. Da kann man rausfahren. Das ist gar nicht so verkehrt. Dann machen wir... Dann machen wir... Warte, warte, warte. Wir müssen... Ich brauche eine Flucht. So. Machen wir dazu. Ähm... Tiere. Dürfen wir nicht vergessen. Und da ist das Problem. Äh... Wir wollen ja auf Kühe. Ja? Wir wollen ja Kühe machen. Ne? So. Deswegen. Wir werden in der Mitte des Ganzen... Es wird nicht ganz viel Seitenhof. Das werdet ihr sehen. Aber... Aber... Da kriegen wir hin. So, warte mal. Da geht es nicht raus. Demmittag, moin moin. Frücher. Bb. So. Müssen wir ein bisschen Platz lassen. Perfekt. Wir haben einen steil. So. Steil. Jetzt brauchen wir... Steine. Äh... Äh... Jetzt brauchen wir... Stopp. Hallen. Jetzt brauchen wir Hallen. Hallen. So. Diese eine Halle. Wenn wir die jetzt... Ohne Momente. Wenn wir die jetzt... Ich müsste kurz überlegen. Wenn wir die auf lang zaubern... Wenn wir die hier hinnehmen... Wenn... Äh... Da können wir was reinstellen. Aber eigenes brauchen wir die Halle auch nicht. Äh... Wir könnten... Sondern... Wir könnten... Wir könnten... Wir könnten... Könnten... Warte mal... Wir haben nur... Die... Nähe... Wir haben auch die Halle. Die passt auch hier hin. So. Wir sind ja hier auch... Eine kleine Durchfahrt lassen. Wenn er ruhig ein bisschen enger sein... Ja, das ist jetzt nicht so wilde... Maltebillkufen, ne? So. Aber da mal... Die Flucht annehmen hier. So. Einmal. So. Und ihr werdet gleich sehen, was wir dann machen. Es geht schon, was mich nervt, ne? Ist diese... Ist dieser Kamerawinkel... Wenn das nicht genau... Passt. Aber... Geht. Geht. Muss man sagen. Geht. Na? Es flackert. Weil ich wollte es nicht zu sehr übereinander stellen. Es flackert auch nicht. So. Okay. Da haben wir das hier. Haben wir das hier. Hier hinten haben wir das. Ähm. Gehört nicht mehr in den... Was? In den Kuhstall. Ja, warte, warte, warte. Es kommt... Es kommt halt noch... Es kommt eine Mistplatte mit dran. So. Jetzt geht es wieder los. Welche Mistplatte ist das? Es müsste der hier. Es müsste der hier sein. Der Misthaufen, ne? Es müsste der Misthaufen sein. So. Ähm. Und der müsste doch theoretisch... Der müsste ja dann theoretisch hier in der Nähe... Das reicht ja hier, ne? Dann hat er ja Zugriff auf den Stall. Ja? Müsste ja passen. Ich setze den jetzt hier her. Dann müsste der theoretisch Zugriff haben auf den Stall. Dann braucht man natürlich... Wir brauchen auch ein Silo. Na? Ähm. Jetzt weiß ich gar nicht, wo hat man das? Wo hat man hier? Das hier war ja unser... Hoch-Silo-Multi-Frucht. Ja? Hoch-Silo-Multi-Frucht. So, da kommen wir hier von rein. Palim, Palim, Palim. So. Dann machen wir hier unser Silo hin. Ja? So. Wir machen unser Silo. Aber da einmal hier. Und dann hatten wir noch... Wo hatten wir... Wo warten wir... Der Verminter? Wo warten der Verminter drin? Silo-Erweiterung oder was? Ah, hier war doch irgendwo... Bin ich jetzt doof? Warten der Verminter? Hä? Na mal. Er hat gut Lager, Wassertank. Ne, das war er nicht. Bei Produktion? Meint ihr, dass der bei Produktion war der Verminter? Ja, macht es Sinn irgendwo, oder? Ist der Futtermischer? Ja, hier, in Chat, ihr seid so geil, ne? Ihr seid so geil. Mal ganz ehrlich sagen. Kann man nicht... Kann man nicht öfter genug sagen, ne? So. Aber den müssen wir... Den stellen wir mal ein bisschen einzeln. Kann man ein bisschen einzeln. So. Soll ja auch passen, ja? Einmal. Biomasseheiskraftwerk brauchen wir nicht. Wir brauchen noch eine Schweinefutter-Mischanlage. Aber... die Wärmer gleich setzen. Und zwar setzen wir jetzt erstmal die Schweine. So. Und die Schweine, meine Lieben. Da muss ich gucken. Hier haben wir nichts zum Reinfahren. Hier haben wir... Schweine setzen wir nämlich hier hin. Macht's. So, Schafe. Auch mal ebenfalls. Ja. So, dann müssen wir hier vorne. Die Wärmer. Ah, warte. Die Wärmer. Die setzen wir... Schafe setzen wir hier hin. Wollen wir ein bisschen Ausblick haben. So. Ah, wohl. Warte mal. Dürfen wir nicht so weit vor. Die setzen wir hier rum. Genau. Perfekt. So. Und dann bräuchten wir eigentlich noch Hühner. Da haben wir hier einen Hühnerstall. Und der Hühnerstall... Nicht dort rein. Hühnerstall. Der kommt hier rein. So. Genau. So. Da haben wir das schon mal. Und wenn du mit Mais Plus... Äh, das weiß ich noch gar nicht. Das weiß ich nicht. So. Produktionen. Und dann brauchen wir noch die Schweinefutterproduktion. Was haben wir noch? Futtermischanlage. Die Futtermischanlage. Wo geht's? Warte mal. Wo geht's denn da rein? Die hat nur bis hin. Warte mal. Die hat nur bis hin Eingang. Die hat nur... Die hat auch einen Durchfonds. So. Das bedeutet... Wir haben... Komm hier hinten rum. Äh, dann können wir... Genau. Warte mal. Jetzt muss ich überlegen. Hier kommen wir raus. Hier kommen wir rein. Hier kommen wir raus. Silo haben wir hier hinten stehen. Kurze Wege. Ähm... Das bedeutet, wir werden das Ding hier hinstellen. Einmal. Dann haben wir unseren Futtermischer. Wenn wir hier... Warte mal. Wir haben hier... Futtermischanlage. Futtermischanlage. Schweinefutter. Mischanlage. Hier. Da machen wir uns gar kein... Da machen wir uns gar kein Horten. Ähm... Ach, warte mal. Die Mischfutteranlage haben wir ja schon am Stall. Ne? Die Mischfutteranlage haben wir schon am Stall. Was ist denn das? Luftproduktion Stein. Ne? Den Futtermischer. Ah, genau. Okay, wartet. Dann hauen wir das wieder weg. Hauen wir das gar nicht. Ach, ich... Deme. Ich deme. So, was haben wir hier? Eine Grastrocknung? Hm. Mal gucken. Biomasse Heizkraftwerk. Äh... Wir machen uns erstmal hier logischerweise unseren Komposter. Das bedeutet, den setzen wir uns... Äh, warte mal. Den setzen wir uns. So. Liebe YouTuberinos, es wird heute bitte eine extra lange Folge. Aber es ist jetzt nicht so schlimm. So, den setzen wir uns hier her. Ist ganz klar. Und das Biomasse Heizkraftwerk. Das setzen wir uns... Da müssen wir ja eigentlich gar nicht weiter hin und her. So, das setzen wir uns hier hin. So. Dann müsste man theoretisch... Müsste man ja jetzt alles haben. Ne? Ähm... Genau. Wir haben unsere Tiere. Wir haben das. Wir haben das. Wir haben das. Jetzt brauchen wir ein bisschen Deko. Jetzt müsste ich mal gucken, wie können wir denn am besten das bebauen? Wie können wir das am besten bebauen? Die Mora, mal ein Grüße. Servus und hallo. Wie geht's? Wie steht's? Ich hoffe gut. So. Ich hätte gern mal anderen Zaun. Hätt gern mal anderen Zaun. Wie sieht denn das hier aus? Das ist ein Tor. Das ist doof. Das ist auch ein Tor. Das ist auch doof. Ähm... Also der Zaun wäre ja gar nicht so schlecht, muss man sagen. Oder... Oder wir nehmen den. Oder? Wir nehmen den. Weiß? Ne, wiss ich nicht. Weiß passt nicht so sehr, oder? Leute. Weiß würde nicht so sehr passen. Ich will da aber auch nicht so einen alten Zaun. Den hier hat jede Sauer. Äh... Das ist ein Tor. Das ist auch ein Tor. Äh... Das ist so eine Bretterding. Ne, das sieht's aus wie es in sich ist. Haben wir ihn hier. Oh, nee. Ich würde halt... Ne, das hat halt auch jeder. Ah. Das ist hochzuklän. So, warte mal. Dann müssen wir... Wartet mal. Ich entscheide mich mal. Und zwar... Oder weil ich mich solchen alten... Ne, solche alten Lattenzau. Passt nicht. Das ist zu alt. Können wir nicht machen. Ich würde ja sagen... Kommt, wir nehmen hier das Weiße, oder? Klar. Klar, wir nehmen den Weißen Zaun. Der passt am besten. Oder schwarz wie der Nacht. Schwarz wie meine Seele. Ja, da passt nicht so gut dazu. Der Weiße passt halt besser dazu, finde ich. Oder? Ich würde den Weißen hier nehmen. Chat. Ich würde den Weißen nehmen. Den Weißen hier. So. Der. Das ist dann... Das ist zu groß. So. So. Zeun mal nehme ich jetzt erst mal ein hier. So. Die Baufolgen sind für mich eigentlich immer das schönste, leider. Ich kann es ehrlich sagen. So. Dann wäre man das hier aber so versuchen anzuschließen. Und hier dran. Kullischen. Warte mal. Dann machen wir das so hier. Steht er nämlich hier hinten. So. Perfekt. Da haben wir den hier stehen. Das ist da. Das ist da. Hier bauen wir dann auch noch was Schönes hin. So. Warte. So. Ich muss mir mal ein Bild drehen. Geht das? So. So. Hierzu. Und da gehen wir von hier ab. Da ist natürlich wieder Kollision. Da kannst du ja doch ausflippen. Oder warte mal. Das, 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 das. So. So. Dann müssen wir aber. Mal hier rüber gehen. Ehe eine Flucht. Werden wir gleich sehen, warum. So. Und dann gehen wir. Geben wir nämlich hier drauf zu. Ah. Hier brauchen wir nicht. Hier brauchen wir auch nicht. Hier machen wir dann anders. Und zwar nehmen wir hier. Hier nehmen wir nämlich den alten Zauern. Hier nehmen wir den hier. So. Wer geht hier lang? Nein. Komm schon. Nimm ihn. Perfekt. So. Theoretisch könnten wir. So. Warte mal. Da müssen wir mal ein bisschen. Komm mal ein bisschen Platz hier. So. Okay. Da kollidiert. Perfekt. Da haben wir den hier dran. Dann machen wir dann von hier hinten aus. Machen wir den hier dran. So. Natürlich hier hinten auch ein bisschen einziehen. Oh. Diese Eilende Baum. So. Gehen wir hier vor. Muss ich gucken. Dann gehen wir hier hin. Perfekt. Da haben wir jetzt schon mal ringsrum eingezäunt. So. Dann haben wir jetzt hier schon mal eingezäunt. Das passt. Perfekter Mundo. So. Also. Ich weiß. Meine Lieben. Ich weiß. Das ist jetzt nicht unbedingt. Das ist ein bisschen doof. Das müsste vielleicht ein Stück mal. Das steht ein bisschen doof. Wo war das? Was ist denn das? Äh. Schuppen. Schuppen. Das war ja Gebäude. Schuppen ist ein bisschen doof. Steht ein bisschen doof da. Weg. So. Hier. Da steht ein bisschen komisch. Der muss. Weiter hier rein. So. Jawohl. Perfekt. So passt es. Genau. So. Also. Lieber. Äh. Liebe YouTuberinos. Heute war ein bisschen extra lange Folge. Natürlich in der nächsten Folge werden wir auch noch ein bisschen weiter malen. Und allem drum und dran. Aber das ist so jetzt erstmal der grobe Zug des Hofes. Wir werden natürlich weiter bauen. Tun und machen. Und das Ganze ein bisschen öff hübschen. Und schreibt gerne in die Kommentare. Lasst das Däumchen da. Und ich sage erstmal tschüss und tschau. Bis zum nächsten Mal.